einen wunderschönen guten abend ich freue mich mega und kurze frage an dich bevor ich einsteige wie gut geht es dir gerade und wie fühlst du dich auf einer skala von 1 bis 10 10 ist ich fühle mich grandios gib mal die zahl ein die dir spontan eingefallen ist wie gut geht es dir heute wie fühlst du dich kommentiere einfach mal auch wenn du im replay bist einfach mal ganz kurz die zahl 1 bis 10 auf einer skala 1 bis 10 wie geil geht es dir heute und ja lass uns einfach mal einsteigen auf einer skala von 1 bis 10 mir geht es heute 10 das kann ich jetzt schon mal sagen auch wenn ich nicht tippen kann aber der frank guckt gerade rein frank auf einer skala von 1 bis 10 10 ist mega geil wie geil geht es dir und tipp mal für mich andreas gleich 10 damit jeder sehen kann ich habe auch mitgemacht so und es geht genau jetzt um den frank es gibt kein zufall warum er gerade live mit dabei ist und zwar der neue band 2 ist raus von dem buch deine chance für die neue zeit und das schöne ist du kannst das buch jetzt bestellen aber dann lieber frank aber du bekommst nicht nur den band zwei sondern wenn du einer von achtung vier glücklichen menschen bist bekommst du den band 1 sieht man das hier den band 1 von mir geschenkt also wenn du das den band 2 haben willst dann kannst du den bei mir bestellen ich sag dir gleich wie du das machen kannst und wer bis morgen abend also am freitag den 20 mai bis 23 uhr 59 bei mir ein buch bestellt hat bei mir persönlich ich sende es dir nämlich zu bei denen die das bestellt haben werde ich mir vier menschen raus rauslosen die von mir eins dieser vier bücher hier bekommen also ich habe hier schon liegen die sind noch einlaminiert aber du kannst dieses buch von mir bekommen und zwar geschenkt wenn du band 2 bei mir bestellt zusätzlich alle die ein buch bei mir bestellen bekommen es von mir hand signiert mit einer persönlichen widmung also ich habe nämlich heute einen neuen stift gekauft der ist noch genau vielen dank für die herzen lasst mal herzen und likes da wenn es euch gefällt danke frank genau freitag 20 5 bis 23 uhr 59 wenn du bei mir jetzt den band 2 bestellt wie das gleich geht bleib einfach dran sage ich dir gleich bekommst du das buch auf jeden fall von mir persönlich nach hause geschickt und du bekommst eine widmung mit diesem nidienagel neuen stift die ich mir heute extra gekauft habe silbern kriegst du von mir eine persönliche widmung und du bekommst wenn du einer der vier glücklichen bist ich habe erst überlegt ob ich die ersten vier die die schnellsten sind aber ich habe gedacht ich mache es lieber so nicht jeder sieht gleich das video das ist dann quasi ausgelost wird das heißt also wenn du glück hast bist du einer der vier menschen die von mir dieses buch obendrauf geschenkt bekommt weil die habe ich nämlich hier noch und die verschenke ich dann obendrauf also ich möchte dir gerne den band 2 verkaufen und zwar deine chance für die neue zeit in diesem buch sind wieder jetzt frank das kannst du gerade mal reinschreiben sind eine vielzahl von speakern mit dabei frank schreibt jetzt gleich mal hier mit rein weil frank ist der herausgeber dieses buches sind wieder ganz ganz viele autoren mit dabei und ich bin das zweite mal schon dabei mit einem neuen beitrag also in band 1 habe ich den titel geschrieben unperfekt starten und in band 2 habe ich etwas ganz neues reingeschrieben da sage ich jetzt aber nichts dazu das darfst du dich überraschen lassen und ich lese es gerade im band 2 sind 76 autoren drin die ihren besten tipp von sich geben mit dir teilen wie du denn die neue zeit ja so richtig chancenreich verwenden kannst und wenn du diesen band 2 haben möchtest der kostet 19,90 euro dann kannst du den jetzt bei mir bestellen also zum einen schreib hier gerne mal in den kommentar rein zum einen noch mal die frage wie geht es dir auf einer skala von 1 bis 10 10 ist mega und zum anderen ob du bock hast band 2 zu kaufen und die chance haben willst 1 der bücher aus dem band 1 gratis zu bekommen von mir wie kommst du an das buch dran du schreibst mir jetzt entweder bitte eine privatnachricht an meine facebook messenger adresse das heißt da du ja das hier jetzt entweder auf facebook siehst oder auf einem anderen kanal kannst du jetzt einfach über mein facebook profil andreas dämon einfach eine nachricht schreiben und schreibst mir dass du gerne das buch kaufen würdest und auch die chance mitnehmen möchtest den band 1 zu gewinnen und eine persönliche widmung haben möchtest da schreibst du mir einfach eine formfreie nachricht in mein facebook messenger und so der frank schreibt welche farbe ich nehme an den stift der stift ist silber orange habe ich leider nicht gekriegt also du schreibst mir eine facebook messenger nachricht mit deiner persönlichen adresse wo ich das buch hinsenden soll und genau am besten noch deine e mail adresse dazu damit ich mit der kontakt aufnehmen kann damit ich dir sagen kann wo du die 19 euro 90 hin überweist für das buch und ich bestelle dann die bücher also ich bekomme dann die anzahl bücher die jetzt bei mir bestellt werden und sobald die dann bei mir da sind werde ich die alle widmen und dann persönlich an dich raus senden und wer dann bis zum 20 mai 13 und 23 und 59 bestellt hat von den ganzen einsendenden oder bestellenden lose ich dann aus wer denn eins dieser vier band 1 bücher bekommt und wie gesagt du schreibst du jetzt entweder eine nachricht in den facebook messenger dass du das buch haben willst mit adresse und e mail adresse oder du sehr gehst auf andreas dämon also andreas dämon zusammen mit ae punkt de slash kontakt und dort findest du dann auch die möglichkeit mit mir per e mail kontakt aufzunehmen wenn du kein facebook messenger hast dann kannst du mir auch über das kontaktfeld das kontaktformular die e mail schreiben wenn du bist freitag 20 mai also bis morgen 20 mai 23 59 die bestellung aufgibst deine adresse mit teils deine e mail adresse dann hast du die chance auch noch den band 1 von mir geschenkt zu bekommen das buch der band 2 kostet 19,90 und es gibt auf jeden fall bei jedem der bei mir bestellt eine persönliche widmung mit autogramm mit einem niedelangen neuen silbernen stift und ja freue ich mich auf jeden fall was hältst du von dieser idee das wird mich auf jeden fall interessieren was hältst du von der idee möchtest du dieses buch haben und ja schreib mir gerne einfach mal hier ein kommentar lassen wir gerne ein paar herzen hier und teile sehr sehr gerne auch einfach diesen beitrag wenn du der meinung bist dass jemand das buch haben sollte weil er die chance in der neuen zeit noch nutzen sollte das blendet hier alles ein bisschen sorry ja also wenn du das buch möchtest melde dich bei mir und für 19,90 gehört es dann dir und wenn du glück hast kriegst du den band 1 noch kostenfrei obendrauf und auf jeden fall meine widmung also schreib mir jetzt eine nachricht oder geh auf andreasdämon.de slash kontakt und schreibt mir bis zum freitag 20 5 23 59 und dann kommst du in lovstopp genau vielen dank für die herzen die umarmung und die likes lasst mal hier alles auch im replay replay noch die herzen da und schreibt mir jetzt dass ihr den band 2 von mir kaufen möchtet also bis dann alles liebe tschüss